Jetzt nochmal ein kurzes Update zum Froschlaich. Ja man sieht, es ist gut. Man sieht schon sehr kleine Kaulquappen. Ich versuche noch ein bisschen näher heranzugehen. Es sind noch einige Froschlaiche hinzugekommen. Vorhin habe ich im Wasser einfach frei welche herumschwimmen sehen. Aber die hier schauen schon ganz gut aus. Ich denke es wird jetzt noch ein paar Tage dauern, je nachdem wie warm es ist. Und dann haben die Forellen was zu fressen. Bis zum nächsten Mal.